Heute geht es um die Good Vibes. Ich bastel heute einen Roots Reggae Beat, möchte dazu meine neue Space Drum nutzen, die aus Frankreich eingetroffen ist, mit meiner MPC im Standalone Modus. Seid mit dabei! Herzlich Willkommen zu MrDKTV, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Video wird euch wie immer präsentiert von meiner Soundschmiede. Ich habe heute folgendes am Start. Einmal geht es um dieses kleine, aber feine Teil. Das ist eine Space Drum, die ist frisch. Darüber hinaus ist noch ein Paket angekommen. Schauen wir mal nach, was da geliefert worden ist. So sieht das nice Teil aus. Schön in Reggae Rasterfarben. Ich finde es ist auch ein optischer Hingucker. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich das Teil anhört. Ich check das mal aus, schließe es an die MPC Standalone an. Vorher bastel ich nochmal eben ein paar Drums und möchte die Space Drum auch dazu nutzen, um diesen typischen Bubble Sound hinzubekommen. Ich habe mich immer schon gefragt, wie kriegt man das hin, einen Bubble Sound ohne Keyboards zu erschaffen. Das ist ein Drum Synthesizer. Wir schauen da mal rein. Let's go! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und darüber hinaus abonniert meinen Kanal. Ich danke euch, dass ihr mich so schön supportet. Die Abonnentenzahl wächst, das macht mir sehr viel Spaß. Ich arbeite an dem neuen MPC Live Course und darüber hinaus geht schon bald mein neues Sample Pack an den Start, wo es um Roots Reggae geht. Darum habe ich mir auch einige neue Geräte gekauft, weil ich die ganzen Sounds selber designen werde. Ich bin fleißig dabei, schon bald dazu mehr. Stay tuned, blessings.